Waren Sie schon mal zur Kur oder vier Wochen im Urlaub? Haben Sie sich danach auch wie ein anderer Mensch gefühlt, jünger und irgendwie wie erneuert? Dieses Gefühl können Sie Ihrer Haut wiedergeben. Und speziell dafür hat Forever die R3-Faktor-Creme mit der Artikelnummer 69 entwickelt. Genau. Deshalb auch der Name R3-Faktor. Die drei R's stehen für Retain, Restore und Renew. Also übersetzt behalten, wiederherstellen und erneuern. Man sagt ja umgangssprachlich, die Haut erneuert sich alle ca. 28 Tage. Das ist so natürlich nicht ganz korrekt, sonst würde es ja niemanden mit Hautproblemen oder einer Narbe geben, was ja schön wäre. Aber damit ist gemeint, dass die obere Hautschicht, die ja aus Hautzellen besteht, 28 Tage braucht und einmal komplett erneuert zu sein. Also einmal komplett abgeschubt. Je älter wir werden, umso länger dauert dieser Prozess. Deshalb sagt man auch, dass ältere Menschen eine dickere Haut haben. Enthaltene Fruchtsäuren im R3-Faktor wie zum Beispiel aus Pflanzen, Früchten und Zuckerrohr beseitigen diese Hautzellen und beschleunigen diesen 28-tägigen Rhythmus. Kollagen und Elastin helfen der Haut zusätzlich, ihre Spannkraft zu erhalten oder diese wiederherzustellen. Und natürlich Forever Aloe Vera und Vitamine zur Ernährung der Haut. Das heißt also, dass der R3-Faktor ein Faktor mit Anti-Aging-Effekt ist. Ganz genau. Wir empfehlen den R3-Faktor kurmäßig, am besten im Frühjahr und im Herbst zu verwenden. Kurmäßig heißt, dass die Anwendung mindestens vier Wochen lang durchgeführt werden sollte, um den vollen Hauterneuerungsrhythmus auszuschöpfen. Früher und Herbst deshalb, weil eine zu intensive Sonnenbestrahlung in dieser Zeit vermieden werden sollte. Bei sonnenunempfindlicheren Hauttypen ist es aber gar kein Problem, auch ganzjährig mit dem R3-Faktor zu pflegen. Den R3-Faktor tragen Sie nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté morgens und abends auf. Bei Bedarf können Sie auch Ihre gewohnte Forever-Tagespflege und Nachtpflege, zum Beispiel aus der Fleur de Jovant-Serie, noch zusätzlich obendrauf geben. Also, besonders eine großporigere Haut wie auch eine reife Haut profitieren sehr von einer Kur mit dem R3-Faktor. Aber nicht nur die Gesichtshaut, auch andere Hautstellen, die zum Schuppen neigen, können gut mit einer R3-Faktor gepflegt werden. Viele Menschen haben gerade an den Schienbeinen oder auch an den Unterarmen damit zu kämpfen. Also, schauen wir uns nochmal zur Zusammenfassung des Forever-R3-Faktors mit der Artikelnummer 69 an. Anti-Aging-Effekt für alle Hautbilder. Regeneriert durch natürliche Säuren, Vitamine und der Kraft der Aloe Vera. Kollagen und Elastin für bessere Spannkraft und sehr sparsam im Verbrauch. Genießen Sie diese Pflege, die Sie nicht nur spüren, sondern auch deutlich sehen werden.